Der königliche Experte behauptete, dass der Grund, warum Prinz William nicht über eine Versöhnung nachdachte, über die diesjährigen Angriffe von Prinz Harry hinausging. Laut einem königlichen Experten geht es Prinz William gut, und er wird keine Träne darüber vergießen, dass Prinz Harry Weihnachten verpasst. Die Behauptungen wurden erhoben, als die Spekulationen darüber zunahmen, ob Prinz Harry und Meghan Markle eingeladen werden, Weihnachten mit anderen hochrangigen Mitgliedern der königlichen Familie in Sandringham zu verbringen. Berichten zufolge sagte das Paar, dass es die Festtage gerne dort verbringen würde, obwohl es keine Einladung erhalten hatte. Laut Royal-Kommentatorin Jenny Bond wäre Prinz William froh, wenn das Paar nicht dabei wäre. Darüber hinaus sagte sie, dass der Thronfolger im Jahr 2023 erfolgreich gewesen sei, einem Jahr, das sich für seinen Bruder seit der Veröffentlichung von Spare im Januar als turbulent erwiesen habe. Im Gespräch mit GB News sagte Frau Bond, Harrys Abwesenheit bei den Feierlichkeiten in Sandringham wird schmerzlich offensichtlich sein. Der kleine Archie und Lilibet sollten mit ihren vielen Cousets herumlaufen, Cracker ziehen, Geschenke auspacken und ihren Platz in der Familie verstehen und mit ihren Verwandten in Kontakt treten, auch wenn ihr Leben tausende von Kilometern entfernt liegt. Aber das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass William darüber eine Träne vergießen wird. Tief in seinem Inneren bin ich mir sicher, dass er Harry immer noch liebt. Aber ich glaube nicht, dass er einen Ausweg aus dieser Kluft sehen kann. Hat sich zwischen ihnen geöffnet. Frau Bond sagte auch, dass Prinz William auf der Weltbühne mit erfolgreichen Soloreisen im In- und Ausland unglaublich gute Leistungen erbracht habe. Ich glaube nicht, dass er eine Träne verliebt hat.